Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Die deutsche Komödie hat nicht den besten Ruf, aber vielleicht reden wir heute über eine gute deutsche Komödie. Und das machen wir zu zweit, nämlich einmal Kathi, hallo. Hallo, hallo. Und ich, Johannes. Hi. Wir reden über die deutsche Komödie Sad Jokes, beziehungsweise wir müssen nachher auf jeden Fall klären, ob das hier überhaupt eine Komödie ist. Sad Jokes ist der zweite Film von Autor und Regisseur Fabian Stumm, der vorher Knochen und Namen gedreht hat und der dieses Jahr auf dem Filmfest München Premiere hatte und dort auch direkt zwei Preise gewonnen hat. Und worum es geht, das kannst du uns sagen, richtig? Ja, also ganz genau den Inhalt zusammenzufassen ist ein bisschen schwer. Aber ich glaube, grob kann man sagen, dass es um das Leben von Josef geht, der Drehbuchautor ist und mit seiner besten Freundin Sonja einen Sohn großzieht. Und eigentlich geht es so um einen Ausschnitt in seinem Leben und alles, was darin halt beruflich und privat passiert. Ja, das kann ich so unterschreiben. Das ist, glaube ich, kein Film, der groß über die Handlung funktioniert, weil es halt eher so, ja, Faszin ist so, so, so Sketche. Aber halt anders, als wir sie vielleicht aus den 2000ern von Sat.1 oder so kennen. Weil der Film ja direkt, also er steigt erstmal ein mit Leuten, die halt so, ja, sagen wir, schlechte Witze vorlesen, würde ich sagen. Und dann gibt es eine Sequenz, die über fünf Minuten geht ohne Schnitt. Und da habe ich mich direkt gefragt, ist das jetzt eine Komödie, ist das keine Komödie? Wie hast du... Dann darf ich lachen. Ja, genau, ja, voll, genau. Wie hast du denn diese erste, also das ist ja eine beeindruckende Sequenz, weil in diesem, also es fängt an und man weiß nicht ganz genau, wo man ist. Und dann wird die Sequenz lustig, emotional, unangenehm, traurig. Und man wird, also alle Gefühle werden einem irgendwie vorgeworfen. Wie, wie hast du das erlebt? Ja, ich finde auch, es steigt gleich mal so hart ein mit, also wirklich teilweise schlechten Jokes, die da einfach nur vorgetragen werden. Dann kommt eben das erste Szene in der Küche, wo man mal so die, also Josef und Sonja und so kennenlernt und so ein bisschen versteht, was eigentlich so die Rahmenhandlung ist. Also, dass sie eben, also er ist schwul und sie ziehen zusammen eben diesen Sohn auf, den sie zusammen, also ich weiß nicht, ob sie ihn adoptiert haben oder ob der, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ziehen sie zusammen als beste Freunde auf. Aber die Sonja ist zur Zeit auch in einer Klinik wegen Depressionen und entlässt sich dann eigentlich selber, was er auch nicht so geil findet. Und versucht dann halt wieder zu bewegen, zurück in die Klinik zu gehen. Und ja, in diesen ersten fünf Minuten passiert eigentlich schon so viel, aber ohne, dass es dich irgendwie befordert, sondern wirklich, es ist verdammt faszinierend, was eine Kameraeinstellung im Prinzip ausrichten kann, wenn die Leute da drinnen wirklich verdammt gut sehen, was sie sind. Und was du auch schon gemeint hast mit so einander ein Sketchen. Ich hatte auch am Anfang, ich war mir nicht sicher, ob die einzelnen Szenen überhaupt zusammenhängen, wegen eben der Art und Weise, wie sie gedreht sind. Dass du meistens halt eine Kameraeinstellung hast und dann passiert da halt so Theaterstückmäßig oder weißt du, Anderson-mäßig was in dem Bild, aber die Kamera bewegt sich nicht wirklich. Und irgendwie hatten zumindest die ersten drei, vier dieser Szenen, hatten keine Verbindung miteinander und hatten keine Konsequenzen oder keine Auswirkungen. Bis man dann halt, bis er einmal seinen Arm in den Automaten steckt und in der nächsten Szene wie gebrochen im Arm im Krankenhaus liegt und merkt, okay, das ist schon eine zusammenhängende Geschichte. Und die einzelnen Szenen haben schon Einfluss aufeinander, aber ich fand das vom Aufbau her sehr faszinierend. Ich fand das wirklich cool, wie das erzählt war. Und das ist ja auch, also der Begriff Meta wird ja in den letzten Jahren super häufig bei allen möglichen Filmen benutzt, aber dieser Film ist sehr Meta. Also wir haben halt das Gespräch, er setzt bei einem Produzenten darüber, dass er jetzt eine Komödie schreiben möchte. Da fragt der Produzent, ob es denn vielleicht Slapstick sein soll und das ist natürlich schwierig. Und dann kommt die Szene mit dem Automaten, wo er seinen Finger kennt und ich hatte fast so das Gefühl, das ist so eine Szene, er möchte jetzt mal zeigen, er kann Slapstick, weil danach ist der Film auch lustig. Aber es ist nicht mehr dieser Slapstick-Humor und ich muss sagen, ich fand die Szene, die ist irgendwie flach, aber irgendwie auch nicht. Ich fand sie ultra lustig. Ja, ich auch. Ich fand das auch, das hat sich voll abgeholt. Ich finde auch, der Film ist eine absolute Parabel auf sich selbst. Also allein vom Titel bis hin zu allem oder vielen, was er auch in der Schauspieler in der Rolle als Drehbuchautor dort zu seinem Produzenten sagt und wie das dann passiert, da passiert mehr Meta als damals bei Deadpool, habe ich das Gefühl. Aber auch nicht so, dass es dir so sagt, schau hier, das haben wir da gemacht, sondern vor allem zum Zuschauer, Zuschauerischen Up selber da die Verknüpfung zu ziehen. Was habe ich gesehen? Was wurde gesagt? Und was passiert da jetzt? Aber ich fand das sehr cool. Ich mag, wie dieser Film aufgebaut ist und wie er Sachen erzählt. Total. Und er spricht das ja auch selber an, dass er eher aus dem Naturalismus kommt. Können wir mal sagen, das gilt wahrscheinlich auch für Fabian Stumm. Ich habe seinen vorherigen Film nicht gesehen. Aber der ganze Film ist ja sehr geerdet. Also es könnte fast irgendwie eine Szene hier, weiß ich nicht, in der Nachbarschaft. Also gut, ich wohne nicht hier in so einem schicken Berliner Künstlerinnenviertel, aber das sind so Leute aus dem Legen gegriffen. Und das fand ich unglaublich schön, weil das Drehbuch und der Film auch relativ schonungslos ist. Also es gibt halt Szenen, wo man einfach sich freut, aber dann gibt es Szenen, wo man hat so ein Kloß im Hals und denkt, uh, das ist krass unangenehm, also fast bis zu einer, weiß ich nicht, so einer Selbsterniederung der Figur. Das fand ich ganz schön mutig. Ja, ich finde auch. Und ich finde, es gibt sehr viele tragische Figuren. Also auch, er hat in seinem ersten Film, den der Schauspieler als Drehbuchautor in dem Film, wow, das ist viel zu viel Erklärung, geschrieben hat, hat er auch, also da gab es ein lesbisches Pärchen als Hauptdarstellerinnen und die dann auch im echten Leben, also im echten Leben im Film zusammengekommen sind und das wird, also da gibt es auch noch dann tragische Wendungen da drinnen und Sachen, die dort passieren und ich hatte auch das Gefühl, der, also am Anfang war ich so, okay, ich finde den nicht wirklich sad, wie du schon meinst, dass am Anfang auch dieses Slapstick mit dem Automaten und so drinnen, aber man merkt dann schon, je länger dieser Film geht, dass alles irgendwie schwerer und trübseliger wird. Also die Beziehung seiner besten Freundin, der neue Film, generell neue Beziehungen, die er knüpfen möchte, dass er über seinen alten Freund nicht hinwegkommt und lauter so Zeug. Und das wird dann, je länger der Film läuft, desto mehr holt er das alles irgendwie ein. Voll und auch das wird eigentlich im Trailer schon angekündigt, weil dann sehen wir im Trailer eine Szene, wo er nochmal wieder bei dem Produzenten sitzt, der Produzent das Drehbuch liest und sagt, ich fand's gar nicht lustig. Und das ist auch super, also das beschreibt den Film so gut und das ist, also ich finde es ganz bemerkenswert, wie so ganz gefühlt selbstverständlich diese ganze Platte von allen Emotionen dargeboten wird, sich das überhaupt nicht, also ich finde, das hat sich, auch wenn es halt so einzelne Szenen waren, das hat sich total organisch angefühlt. Das fand ich super angenehm. Ja, ja, voll, ich finde auch. Und ich finde auch, also ich finde auch, der Film beweist mal wieder, dass Sprache bei guten Schauspielerinnen auch komplett irrelevant ist, weil es gibt auch so einen gefühlt Fünf-Minuten-Monolog, der auf Schwedisch vorgetragen wird. Und es ist auch komplett egal, dass man sie dabei nicht versteht, weil genug Emotionen einfach nur im Ausdruck und alles liegt, dass es auch komplett egal ist, dass mein Schwedisch sich nur auf der Eins-Level befindet und ich da gar, also wirklich kaum was verstanden habe. Aber es ist komplett egal. Die Schauspieler ist gut genug, um zu wissen, dass es gerade, was man gerade fühlt ist, nicht fühlt ist, sondern was sie gerade durchmacht im Prinzip. Voll, das ist eine ganz starke Szene und das funktioniert halt auch wegen dieser tollen Schauspielerin. Und ich würde auch sagen, das gilt für den ganzen Cast, oder? Also ich fand, ich muss sagen, ich fand Fabian stumm am Anfang, musste ich mich dran gewöhnen. Er ist ein sehr großer Mann, der auch so ein bisschen immer gebückt sitzt oder steht, was, glaube ich, häufig auch für große Menschen ja gilt, weil sie irgendwie, sie sind halt so groß. Und er redet, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, woran es lag, ich musste mich dran gewöhnen, aber sobald ich drin war, fand ich das toll. Also das war, da ist man wieder so, man hätte mit den Leuten so interagieren können. Ja, ja, finde ich auch. Und ich finde auch, was ich sehr schön an dem Film finde, ist, wie er auch durch, also komplett hinweg von vorne bis hinten, wie er Freundschaften darstellt. Oft werden Freundschaften im Film auch, vor allem wenn es dann irgendwie auch darum geht, dass jemand, wenn, also anders findet, so einen Freund oder was immer findet, dann irgendwie links liegen lassen. Und ich finde, ich finde das sehr schön, wie auch der Fokus da auf der Freundschaft von den beiden, wie das Josef und Sonja ist und wie sie sich wirklich helfen oder versuchen zu helfen und wie wichtig sie sich wirklich einander sind, ohne dass da auch irgendwelche romantischen Dinge entstehen müssen. Was auch, okay, er ist auch schwul, aber das, man hat schon genug in Filmen gesehen, dass man daraus erwarten kann. Aber ja, ich finde das sehr schön und ich finde generell, diese ganzen, also von vorne bis hinten, alle Schauspieler, Schauspieler wirklich machen das so gut, das hat mich echt begeistert. Ja, voll. Ich finde das auch mit der Freundschaft sehr schön, weil halt, es passt halt auch zum Titel Sad Joke, es werden halt nicht nur die schönen Seiten gezeigt. Ja, definitiv. Und wenn sie halt mal nicht so schön sind, dann ist es nicht irgendwie platt, sondern, also da wird es auch so eine, also man findet, man ist, ich finde auch diese erste Szene beschreibt das so gut, weil man überhaupt nicht sicher ist, bei wem sollen, also bei wem liegen jetzt irgendwie die Sympathien? Und das kann man dann später, finde ich, viel besser einordnen, weil man irgendwie, also es ist, der lässt so diese Zwischenräume zu, diese Ambivalenzen in den Figuren, also das ist auch, weil Josef ist halt auch, also er ist natürlich der Protagonist, aber manchmal denke ich auch so, boah, das ist halt irgendwie krass unsympathisch und taktlos. Ja, voll. Ich finde, ich finde schön, dass der Film allen seinen Figuren einfach den Raum gibt, auch mal Arschlächer zu sein und auch mal zu sagen, ja okay, es sind halt auch nur Menschen und manchmal handeln die halt auch so. Nicht jeder ist, auch wenn sie ihr Bestes probieren, nicht jeder ist immer perfekt und Sachen passieren. Und wir müssen nicht nur das Schöne zeigen, um zu zeigen, dass eine Figur an sich eine gute Person ist. Wir können eine Figur auch zeigen, wenn sie gerade nicht sich bestes verhalten oder was auch immer, und man kann die Figur trotzdem mögen, weil sie trotzdem menschlich ist. Und das fand ich sehr schön, dass er auch sehr viel, keine Ahnung, Respekt seiner Figuren gegenüber hat, um ihm erlaubt, Fehler zu machen, ohne sie dabei komplett abzuschreiben. Total. Was mich auch hier sehr gefreut hat, das ist ein, man könnte überdiskutieren, ob es ein queerer Film ist oder ein Film mit einer queeren Hauptperson, aber dieses Queer-Sein ist nicht das Problem. Also ich finde, ganz häufig sind queere Filme Problemfilme, weil es geht irgendwie um Diskriminierung, was auch legitim ist, weil es ist ein reales Problem, leider immer noch. Aber ich finde es so schön, dass das hier, dass das Queer-Sein, also das Schwul-Sein von ihm, kein Problem in dem Film ist. Es wird thematisiert, es wird auch mal, also wie es halt irgendwie wahrscheinlich im Berliner Alltag so irgendwie selbstverständlich ist. Aber das ist nicht das Problem des Films und das fand ich so erfrischend, weil sonst halt häufig immer diese Sexualität irgendwie das Problem und das Stigma von irgendwie von Protagonisten ist. Ja, absolut, absolut. Seine Probleme rühren halt daraus, dass er über seinen Freund nicht drüber hinwegkommt und so, trotz von seinen Beziehungen, ohne dass das Queer-Sein actually das Problem ist an der Beziehung oder an dem Problem, das er hat. Und das fand ich auch sehr schön, dass das, es ist halt einfach so, wie es sein sollte, aber ich meine, dass es leider nicht ist. Und wie gesagt, deswegen finde ich auch, dass der mit seinen ganzen Figuren und mit so viel Respekt gegenüber dreht und in so viel Raum auch einschafft. Und ich finde, also, ich habe den Titel gelesen und war so, okay, ich möchte den schauen, einfach weil ich den Titel cool finde. Weil ich einfach, Sad Jokes interessiert mich einfach, vom Titel her. Und ich war so positiv überrascht am Schluss von dem Film. Ich habe eigentlich, ich habe nicht gewusst, was ich erwarten soll, weil ich habe zwar den Trailer geschaut, aber gut, Trailer heutzutage heißen ja auch nicht mehr, dass man wirklich das bekommt, was man auch sieht. Und ich habe wirklich diese, dauert ja auch nicht lange, dauert ja nur eineinhalb Stunden oder so. Und ich war durch mit dem und wirklich so, wow, ich fand den richtig, richtig gut. Und der hat mich wirklich überrascht mit, wie er Sachen erzählt, was er erzählt, wie er Sachen zeigt. Und ich bin froh, dass es diesen Film gibt einfach. Es ist eine klare Empfehlung von mir. Das geht mir genauso. Das ist ja halt auch, du hast es schon angesprochen, Fabian Stumm macht Regie, Drehbuch und dann spielt er auch noch die Hauptrolle. Das ist echt schon sehr beeindruckend. Das ist erstmal ein Ausrufezeichen. Wir haben jetzt so geschwärmt, ich finde, man könnte vielleicht noch, ich finde es jetzt in diesem Fall keinen Kritikpunkt, aber wir können ja vielleicht mal drüber reden. Der Film ist ja schon bewusst, sage ich mal, sehr artifiziell, sehr vielleicht arzi. Fandst du das too much? Also ich hätte fast das Gefühl, also so cool ich diese erste Szene fand, fünf Minuten lang, aber es ist doch auch schon ein bisschen Angeberei, oder? Nach dem Motto, wir machen das mal, weil wir es können. Ja, gut, aber was ist das nicht? Ich meine, auch jede CGI-Schlacht ist auch ein Angeberei, wir machen das mal, wir können das doch bei jedem Film so, oder? Das stimmt, das stimmt. Und also, da habe ich lieber sowas als irgendwie 10.000 CGI-Figuren oder Superheldenkämpfe. Da habe ich lieber eine starre Kamera mit guten Schauspielerinnen, Schauspielern drinnen, die dann das Bild gut machen. Auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, also, er kann sich ja auf seinen Cast verlassen und seine gesamte Crew, die haben es halt auch einfach drauf, ne? Also, das hätte auch komplett schief gehen können, aber wenn du da irgendwie die richtige Zusammenstellung hast, dann entsteht da halt wirklich ein einfach richtig, richtig guter Film. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie das Ding in 17 Tagen gedreht haben. Okay, krass. Was nicht viel ist für einen einer bestimmten Film. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und das ist, was dabei herauskommt, ist mehr als beeindruckend, finde ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kathi, hast du noch irgendwas? Möchtest du noch was zum Film sagen? Nein, ich glaube, ich habe alles, was ich ansprechen wollte, habe ich mehr als ausführlich besprochen. Ich auch. Dann würde ich auf jeden Fall nochmal sagen, wenn der bei euch im Kino läuft, schaut den euch unbedingt an. Ich bin skeptisch, dass der irgendwie groß anläuft, aber wenn ihr vielleicht in einer Hauptstadt wohnt oder in einer großen Stadt wohnt oder in der Nähe, dann guckt auf jeden Fall mal im Programmkino bei euch in der Nähe oder in etwas weiterer Nähe, ob der bei euch läuft. Ist auf jeden Fall eine krasse Empfehlung. Ich befürchte, er läuft hier nicht. Wenn, werde ich den auf jeden Fall nochmal schauen. Ich fand den auch wirklich, sehr, sehr gut. Ansonsten, genau, den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Schaut gerne auch auf unserer Homepage vorbei. Gebt uns gerne eine positive Bewertung. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder guckt, beziehungsweise nicht oder, sondern und, guckt auch auf unserem Discord-Server vorbei. Da diskutieren sowohl wir vom Team als auch viele andere Leute aus der Community immer fleißig über Filme. und gerade auch, wenn ihr Sad Jokes gesehen habt, sagt gerne, wie euch der Film gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Kathi, vielen Dank. Gerne, gerne. Und hoffentlich hört ihr beim nächsten Mal wieder rein. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.